22, Alex, für Sarah. Kannst du mal bitte rauskommen? Hallo, ich bin die Sarah, 32 Jahre alt, bin im Streifendienst bei der Polizei eingesetzt und tätig auf einem Polizeirevier in Leipzig. Durch Corona hat sich bei uns im Streifendienst die gesamte Einsatzlage verändert. Weniger Einbrüche, weniger Verkehrsunfälle. Dafür kontrollieren wir die Einhaltung der Allgemeinverfügung. Es lässt sich nicht vermeiden, dass wir manchmal nah an Menschen drantreten müssen. Dazu haben wir die Möglichkeit, Handschuhe oder Mundschützer zu tragen. Macht mir natürlich Sorgen, dass man sich selber infiziert. Meine persönliche Erfahrung ist nicht negativ. Ich denke, den Leuten ist auch allen bewusst, was das bedeutet zurzeit. Also ich denke nicht, dass die Menschen deswegen aggressiver werden. Ich habe zwei Kinder. Ja, herausfordernd ist natürlich, dass die Schulen geschlossen haben und man neben der Arbeit auch noch zu Hause Lehrer spielen darf und versuchen, den Kindern den Unterrichtsstoff beizubringen. Als Polizistin sehe ich mich derzeit als Helferin, möchte weiterhin für alle Bürger und Bürgerinnen da sein und auch für meine Familie.